Guten Tag, meine Herren, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Stimmung der Mannschaft, wie ist die Stimmung der Mannschaft und der Zustand der Mannschaft? Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Zur Taktik, ein oder zwei Stürmer hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der eine oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte, Aachen wird zielig Druck machen. Aachen muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet. Ist die Mannschaft im Druck gewachsen? Was ich beobachtet habe in der Woche im Training, hat sehr gut gearbeitet. Und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Dankeschön.